Und quasi gleich nach Wiederanpfiff bekam Kevin Behrens auf der linken Seite zu viel Platz, so dass er den Ball in aller Ruhe vorst vorschlagen konnte. Die Verwertung von Ali Gökdemir würde sogar für die Auswahl zum Tor des Monats weiter Sportschau das Zeug haben. Hier nochmal, unsere Zeitlupe Gökdemir wird auch von keinem Ollbocker richtig gestört, so dass er auch dazu kam, eine solche artistische Einlage zu zeigen. Auf Wiedersehen.